Wie ist es dir ergangen? Wir werden keine Herrscher mehr zu Säen bekommen. Ausgezeichnet. Die Roga greifen uns aber immer noch an. Solange es keine Herrscher sind, haben wir noch eine Chance. Antanas ist in Sicherheit. Unsere Aufgabe ist erfüllt. Ich will jetzt mit ihm sprechen. Noch nicht. Es gibt noch mehr zu tun. Wir treffen uns unten im Planetarium. Warum können wir nicht jetzt reden? Antanas wird dir im Planetarium seinen Plan enthüllen. Dort ist der richtige Ort dafür. Wir treffen uns unten, sobald es sicher ist. Wir fangen uns über einen Kurs. Wir fangen den Kurs. Wir fangen die Kurs. Wir fangen auf hin. Wir fangen wieder an. Wir fangen an. Ich bin der Kurs.